Wir haben krasse Filme geproduziert. Oh nein. Du warst da nicht bei. Das wäre doch noch scheiße. Nein, nein. Gucken wir das jetzt? Gucken wir jetzt ein bisschen, aber nur. Es ist mein Ding so ein Laughing-Track dabei, weil du die ganze Zeit gelacht hast. Ich will ausfallen, hab ich gesagt. Sagst du, das ist guter Content, weil die Zuschauer das auch sehen werden? Oh, ja. Die Kamera wackelt ein bisschen. Das ist ein nicer Effekt. Ach so. Das gibt dem Ganzen eine Realität, weißt du? Okay, okay. Das auch? Ja. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, ich glaube aber auch. Comedy-Show? Mhm. Du hättest auch die Fun-Show gemacht. Oh. Lord. Nein, ich will es nicht sehen. Ah! 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 Da war schon eine! Da war schon eine! Apfel! Ja! Und die war rot! Ja! Und? Da bin ich rüberbrannt! Und gut! Und da hätte ich auch. Kannst du das bitte ausmachen? Kannst dich wohl eigentlich dann beschämen? Ja, tue ich auch gerade. Also, das war schon jetzt sau unangenehm. Oh, noch eine Folge. Oh! Wo sind deine Füße? Und warum? Wo sind deine Füße? Hast du wo sind deine Füße? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich vom Geist die Füße, oder? Ja, das ist der Geist. Unangenehm. Vor allem, wie du einfach so einen fucking BH von deiner Mutter geklaut hast. Haha!